Was ist das Beste, was es im RTF zum Essen gibt? Definitiv Schnitzel. Was ist die beste Glace-Sorte? Definitiv Schokolade. Was ist dein Lieblings-Wild-Shake? Jogel. Ist das so eine Banane? Das Weisstübli oder das Festzelt mit dem Bier? Das Festzelt mit dem Bier. Und wieso? Bier. Wie viel Bier ist das schon heute? Das ist mein Bier. Das Zweite. Achte. Ich weiss nicht mehr. Nein. Aber ich habe einen Smirnoff gehabt. Zwei. Das hat es gerade im Kompupack gegeben. Wird ein geileres Turmfest. Ja. Es ist immer kühl. Es ist immer geil. Und Scharell-Buxer. Wir sind Legenden. Was ist unser bis jetzt der Highlight gewesen? Sicher das Bier und das Barzelt. Das ist gut. Was darf nicht an einem Turmfest fehlen? Tramone! Musik. Und Tramone! Musik. Musik.